Ja hallo alle miteinander, hier ist wieder der GBF Akadimeister mit dem Let's-Bit von Sword of Hope und beim letzten Mal waren wir zusammen mit Prinz Theo, Magier Mute und Mr. Monster-Expertenjäger Mr. Bogie gerade am schönen Strand von Bonn-Port oder Bonn-Beach-Port und ja, wir schauen uns einfach mal um, da hinten sehen wir eine fremde Insel jenseits des Meeres und ja, Theo kann sie auch sehen in der Finsternis, in der Distanz, in der Ferne in der Distanz kann man sie sehen und ja, worum geht es hier bei dieser Mission oder bei diesem Abschnitt? Wir müssen ein Schiff chartern, damit wir nach Nikoyara Island kommen und ähm, oder auch zu anderen Inseln aber um dieses Schiff zu bekommen, müssen wir erstmal etwas erledigen Zum einen ist es, wir müssen nach links gehen Einen Schritt haben wir schon gemacht und äh, bewegt der Berg sich da? Ich glaube, der bewegt sich, ja der Berg bewegt sich und dann haben wir noch Kämpfe gegen hier ein paar, äh, ja Nortirius-Kreaturen und eine Seeschlange und wir werden uns fortifitieren, also wir uns stärken und jetzt sollte ich natürlich hier unseren Blizzard-Spruch sprechen weil der scheint ziemlich effektiv zu sein gegen gegen, äh, Seekreaturen die mögen wohl nicht gerne Kristall, äh, von Eiskristallen bombardiert werden und viel Schaden machen sie anscheinend auch nicht das heißt, wir dürfen sie eigentlich ziemlich schnell besiegen naja, zumindest Bogey kannst die anderen haben mehr Probleme das scheint mir ein leichter Hinweis darauf zu sein dass wir vielleicht doch erstmal, äh, uns bessere Rüstungen und sowas besorgen können denn hier im Hafen in Bonn Beachport kann man tatsächlich bessere Sachen auch kaufen sogar sehr viele aber vielleicht, ja, kriegen wir es auch so schon hin und gehen deshalb weiter nach Osten eine Wolke ist am Himmel und das Haus von Jota Jota ist ein interessanter Charakter aber erstmal müssen wir vielleicht mal unser Haus angucken die Steinwand umgibt ein, äh, vergammelndes Haus also das Haus ist im Verfall begriffen ich würde nicht gerade sagen, es vergammelt aber dann haben wir den alten Jota Jota hat den Zeigefinger erhoben und ist ein schnurbärtiger alter Mann mit Halbglatze oder mit Glatze nur an den Seiten hat er eine Haare und eine good old Schnapsnase vielleicht ist das der Großvater vom Holzfäller in, äh, Wadswood aber auf jeden Fall können wir mit ihm reden und er beginnt das Sprechen Was? Mein Boot? Ich kann euch nicht mein Boot geben Nun, wenn ihr es schafft eine große Krabbe in der seeseitigen Höhle zu fangen dann überlege ich mir vielleicht es euch zu leiden Na gut, er leidet uns für eine vollkommen unbestimmte Zeit also wir bekommen das dann aber wie gesagt, er will erstmal eine große Krabbe haben und zum Glück ist die Höhle nicht weit weg die ist weiter im Westen noch und, äh, was hat er hier aufgebaut? Oktopus fallen in der Ecke des Raumes anscheinend ist der Jota ein Fischer der gerne Oktopus jagt aber vielleicht hat er von Oktopus die Nase voll und möchte jetzt gerne mal wieder eine leckere große Krabbe essen jetzt kommen wir langsam zu einem Felsengebiet und, äh, ich denke mal Fortify wird hier notwendig sein denn ich glaube, wir haben einfach wir sind nicht gut genug gerüstet für diese Gegner jetzt momentan noch deshalb, äh, ja und Mute hat nicht mehr viel Magie das heißt wir müssen uns tatsächlich jetzt ein bisschen auf Theo verlassen dass der uns hier fortifiziert und dass wir dann die Gegner so besiegen können zum Glück sind es nicht so viele wir bekommen noch eine Münze schauen uns um schauen uns die Steinmauer an und, äh, Risse verlaufen überall durch das Gemäuer dann sind wir an einer Höhle das ist vielleicht auch die besagte Höhle die Jota meint und Theo muss ich ducken um durch den Eingang zu passen Mute wahrscheinlich nicht weil Mute ist ein kleiner Mann aber Boogie natürlich muss ich auch ducken weil Boogie ist ein verkappter Riese und da haben wir eine Krabbe schauen wir uns erstmal um eine Krabbe krabbelt auf dem Boden oh, wie putzig tja, schauen wir uns die Krabbe doch mal an als würde es Theos Blick, ähm, bemerken stoppt die Krabbe und irgendwas passiert und plötzlich eine Riesenkrabbe taucht aus dem Loch oder aus irgendeinem Versteck hervor, äh, auf und, äh, ja wir können uns die Krabbe nochmal ansehen die hat angehalten jetzt ist da quasi die Riesenkrabbe wohl da direkt davor wir können ja natürlich mal auf die kleine Krabbe einhauen aber es bewirkt überhaupt nichts vielleicht sollten wir deshalb die große Krabbe uns genauer angucken die Natur hat einen natürlichen Panzer erschaffen mit dicker Rüstung und massiven Klauen und, äh, ja die Riesenkrabbe attackiert uns tja, Cave on the Beach Cancer das ist jetzt die Riesenkrabbe ja, sieht aus wie eine typische Krabbe nur ein bisschen größer mit zwei Klauen und ja, dem harten Panzer den Krabben so halt haben und wir brauchen definitiv Fortify für Bogie und die anderen wir machen nur zwei Schaden und wir brauchen definitiv einen kleinen Boost hier von Theo aber die Krabbe scheint sehr langsam zu sein selbst Theo ist schneller als sie und Bogie hat ein bisschen Lebensenergie verloren aber das ist nicht so schlimm 42 Schaden hat Bogie jetzt gemacht und hat drei Schaden gemacht und Theo wird sich auch nochmal verstärken und wieder kaum Schaden gemacht hat die Krabbe also die ist nicht so stark ich würde sie auch nicht als Boss bezeichnen und Mute hat sogar einen kritischen Treffer gelandet der 15 Schaden immerhin macht und damit wird die Krabbe auch erschlagen ja, unser kleiner Mute ist halt ein Kraftpaket und wir bekommen 76 Gold und 70 Erfahrungspunkte dafür für das Erschlagen dieser Krabbe und die große Krabbe ist in unser Inventar gewandert wie auch immer sie da reinpasst wahrscheinlich passt sie in Bogies Tasche und äh wir haben so viel Krimskrams dabei wir müssen dringend was verkaufen wir können die große Krabbe anscheinend nicht benutzen aber uns diese Krabbe weiterhin angucken und versuchen sie zu schlagen aber es passiert auch nichts und es gibt einen Weg nach rechts der Weg nach rechts führt uns ja äh Theo wandert durch die Finsternis die anderen natürlich auch und äh die steile der steile Weg führt nach oben und dann wieder nach unten und wir landen tatsächlich uh I'm tired wir sind müde wir landen in Wards Woods und zwar im ich sag mal äh Trient Teil des Waldes im westlichen Teil des Waldes da wir wo wir auch den Bären getroffen haben und wo sich diese Quelle hier befindet da können wir natürlich jetzt unser Mana auffrischen das ist natürlich ganz praktisch dass wir das hier so gefunden haben dreimal machen wir das und dann sollten wir eigentlich hier wieder volle Magie Power haben für alle so sieht es zumindest aus bis auf Bogie aber das ist ja kein Magier ja und dann haben wir im Grunde genommen jetzt eine Abkürzung gefunden von ähm dem Strand zu Wards Woods und wir können auch so wieder zurücklaufen wie auch immer das funktioniert was auch immer das für ein Teleporter hier ist oder so dann geht's wieder hoch runter und wir sind wieder in der Krabbenhöhle ja und jetzt will ich allerdings äh dann auch gleich mal woanders hin und zwar Richtung 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 des Hafens da finden wir weitaus stärkere Gegner auch noch als diese hier das bedeutet dass ich ein bisschen aufpassen muss damit wir nicht hier gleich wieder ein Party Y gebaut haben dann noch mehr Seeschlangen jetzt kommt eine ganze Gruppe von Seeschlangen auf uns zu so und die sind auch tot das Haus von Jota ja und er muss uns jetzt mal das Boot geben wow ihr habt aber eine große Krabbe gefangen wollt ihr mein Boot noch immer was ist mit den Seeschlangen die haben wir gerade schon besiegt die sind normale Gegner hier am Strand warum auch immer die an den Strand kommen naja wenn ihr völlig genug seid das Segel zu setzen dann werdet ihr mein Boot an dem Hafen finden in Port Town in Hafenstadt ja und sowas diese Krabbe ist sehr lecker nehmt mein Boot das gehört euch ja erleidet es uns nicht ergibt es uns das ich glaube so ein alter Mann wie er der wird auch nicht mehr groß zur See fahren dann können wir das Boot besser nehmen so laufen wir weiter nach rechts kämpfen noch ein paar mal gegen ein paar andere Kreaturen und ich will nach Möglichkeit dann ich sag mal so sobald wir die Stadt betreten kommen neue Gegner und eigentlich will ich erst noch mal zum Waffenladen laufen um mich da dann einzudecken mit neuen mit neuen Ausrüstungsgegenständen bevor ich dann hier mich denen überhaupt stelle nicht dass wir das großartig schaffen werden aber Theo bekommt neues Level und lernt Exit das ist der Zauberspruch der einen aus einem Dungeon rausholt weil Teleport funktioniert in einem Dungeon nicht aber Exit schon dann landet man am Eingang und dann kann man dann Teleport wieder einsetzen ja mit der Inseln in der Ferne noch mehr von diesen Gegnern Schaden genommen aber nicht so wirklich viel jetzt haben wir muss noch drauf irgendwann sollten sie aber das zeitliche segnen ouch Bogie hat einen schweren Treffer erlitten und Mutant ein neues Level bekommen sehr gut und er lennt Bolt Bolt ist der erste von den Blitzzaubern der natürlich auch wieder nur einen einzigen Gegner erwischt ist natürlich dann nicht so praktisch finde ich aber ist auf jeden Fall schon mal ein guter Anfang aber wir sollten uns langsam auch wieder heilen hier zumindest Bogie 55 Lebenspunkte kriegt er und natürlich sollte auch hier Theo geheilt werden und ja Mutant hat glaube ich noch genug Lebenspunkte hier kommen wir zurück zum Winter Castle und wenn wir nach Osten gehen dann sind wir bei House of Fisherman ja und Fisherman ist auch interessant da ist Fisherman Fisherman ist ein ja mittelalter Mann würde ich sagen der entsprechend ja rausfährt auf die See und Fische fängt mit seinem kleinen Boot wir schauen uns mal um und überall sind Fischernetze aufgehangen um zu trocknen wie sich das gehört wir können die natürlich auch schlagen hey das tut weh oh ich habe vergessen Jota zu schlagen na gut der wird wahrscheinlich nicht viel anders sagen und der Fisherman talks äh redet mit uns was wollt ihr einfach hier rein zu platzen raus mit euch das weh das ist allerdings wenn ihr irgendwas gutes zu essen dabei hättet dann könnte ich euch einladen zu einem kleinen Schwätzchen und ja das ist der Hinweis er braucht irgendwas besonderes zu essen und das ist gerade der Moment wo man dann eben hier die Mushrooms aus Worts Worts einsetzen kann denn er gibt einem so ein paar Hinweise was man als nächstes so alles machen kann und er gibt insgesamt drei Hinweise und deshalb habe ich hier auch mindestens drei Pilze mitgenommen nur zu zeigen dass er dann wirklich hier quasi alle Hinweise durch hat aber geben wir erstmal einen der Pilze ihr gebt mir diese leckeren Pilze danke hört euch das an es gibt eine Insel dort draußen die herumfliegt eine fliegende Insel die Gerüchte besagen dass ein böser Geist darin haust oder darüber schwebt das wird dann Zardos oder Zaktos sein Zaktos Zaktos es ist zu gefährlich dorthin zu segeln man muss also einen Flug mit einem fliegenden Vogel erwischen damit man dorthin kommt ich sag mal so einen fliegenden Vogel werden wir nicht verwenden aber man muss auf jeden Fall irgendwas haben was einen dahin fliegt weil mit dem Segel mit dem Schiff kann man da aber schlecht hin segeln denn es ist ja in der Luft es ist eine fliegende Stadt so wie Bespin und ja aber noch mehr zu sagen wenn wir noch einen Pilz geben leckere Pilze und er sagt dann nur in einem Vulkan so weit entfernt wie Nikoyada kann Tritium gefunden werden Tritium ist ein Metall was wir einem später einen Schmied geben können der daraus dann etwas Nettes machen kann Erdbeben Erdbeben und geschmolzene Lava sind nur zwei der Gefahren die euch begegnen werden wenn ihr sucht ja das reicht ja auch Erdbeben und Lava das ist schon gefährlich genug normalerweise aber es gibt anscheinend noch andere Gefahren wir wissen zumindest dass er ein roter Drache ist und geben ihm einen dritten Pilz und dann sagt er ich habe gehört dass es einen Kristall gibt der in Skuna Tower blaues Licht abgibt ja Skuna Tower das ist auch eine Insel zu der wir hinfahren müssen aber noch nicht können dazu müssen wir erstmal den Dungeon in Nikoyara Island machen also den Vulkan Dungeon astrale Whirlpools beschützen oder erfassen jeden der sich ihm nähert ja also irgendwelche mystischen Kräfte halten einen davon ab dann diesen Kristall oder diesen Splitter es ist ein Splitter Splitter des Wassers zu bekommen ja und das ist der Hinweis den er gibt hilft uns nur nicht wirklich weiter aber der Dungeon selber ist auch sehr kurz da kann man eigentlich nicht viel falsch machen aber das ist halt der Hinweis dass man auf Skuna Island halt auch noch irgendwas finden kann als würde man nicht sowieso schon alles abklappern und ein letztes Mal geben ihm einen Pilz und dann sagt er uns wieder dasselbe wie beim ersten Mal also hat er alle seine Hinweise durch drei Hinweise kann man von ihm kriegen und das ist halt der Sinn und Zweck dieser Pilze dass man dann von Fisherman so einen Hinweis bekommt ja gehen wir weiter nach rechts und sind dann hier tatsächlich am Eingang zu okay es sind wieder nur diese Gegner ich dachte jetzt kommen schon die ganz taten der Eingang zu Bonn Beachport oder Bons Beachport man könnte es auch einfach nur den Ort Bon nennen so die ein bisschen kurz klingt nein wir setzen mal hier den Blitz ein gegen Nortirus und das macht ein Donnerblitz trifft Nortirus für 68 Schadenspunkte ist also sehr viel potenter noch als hier als Flamme sowieso und ouch und als Eis auch also auch wenn das andere Elemente sind ich sag mal so einen stärkeren Feuerzauber kriegen wir später vielleicht ja ungefähr aber das sind mehr Explosionen anstatt richtig Feuer aber es ist wirklich so dass Feuermagie in diesem Spiel schwächer ist als Eismagie und Eismagie ist schwächer als Blitzmagie so eine Eigenart von dem Ganzen hier so und dann sind wir hier bei Bonn ja willkommen to Bonn wir gehen hinein und haben unseren ersten Kampf in Portown Bonn gegen drei Berserker okay die kennen wir schon und Dark Knight Dark Knight sind jetzt neue Gegner die sehen ein bisschen aus wie die Berserker nur haben sie eine etwas breitere Schulter Polsterung mit so spitzen Zacken ein krumm Säbel haben sie und eine dicke Plattenrüstung mit einem stark gepanzerten Helm aus dem so zwei Hörner natürlich wieder rauskommen wie bei den Berserkern und die Okay die Berserker machen nicht so viel Schaden bei uns Okay und ähm dann kann Theo und Mute können gegen die Berserker kämpfen und Bogey wird sich um den Dark Knight kümmern 270 Schaden dürfte ihn töten ja sehr gut so dann ist die größte Bedrohung schon mal raus und der Rest kann dann so gemacht werden selbst Theo kann einen Berserker schon alleine ohne Fortify erledigen 151 Erfahrungspunkte Bogey bekommt ein neues Level wird dadurch ein bisschen stärker Ah die kühle Brise der See Geh noch einen weiter Gut kein Kampf und die Stadt jenseits dieses Hügels beinhaltet viele Shops es gibt insgesamt 5 Shops das ist oder sind es sogar 6 ich glaube es sind sogar 6 es gibt hier eigentlich alles es gibt hier einen Schamanen es gibt hier einen Waffenshop es gibt hier einen Tools Shop seit dem Anfang in Rickards Castle der erste Tools Shop den wir wieder finden können und der ich glaube auch der letzte auf jeden Fall ist das der der die besten und meisten Gegenstände hat da werden wir uns gut eindecken können dann einen Gasthof gibt es hier wenn wir jetzt gerade auslaufen gibt es hier den Gasthof dann wo man sich einfach nur wieder regenerieren kann ein Café gibt es hier noch komischerweise da kann man irgendwas auch kaufen aber ich bin mir nicht mehr genau sicher was wir können uns das gleich mal angucken und eben noch ein Casino wo man sehr sehr gute Gegenstände gewinnen kann die viel die man gut verkaufen kann tatsächlich und Geld ist sowieso was was wir brauchen werden wie viel haben wir jetzt 6400 das ist nicht genug ich glaube wir müssen wirklich erst zum Casino gehen und das ist leider ganz im das ist quasi der östlichste Shop ja ein Schritt nach rechts und noch ein Schritt nach rechts ein Kampf gegen ja gut immerhin sind es nur wieder diese Typen hier ein Brave und ja zwei Dark Mages erstmal werde ich versuchen deren Magie hier zu deaktivieren und das hat bei allen geklappt dann sollte der Rest ja kein Problem sein aber erstmal was wir brauchen ist Geld und zwar eine ganze Menge Geld so noch ein nach rechts und da sind wir schon am Hafen und wir können jetzt tatsächlich mit dem Boot das wir von Jota bekommen haben können wir jetzt schon nach Nekoyara Island fahren nach Farb Island oder nach Nuku Island eigentlich will ich schon gerne nach Farb Island weil dort gibt es wirklich den besten Waffenshop dieser Waffenshop in Bond Beachport ist auch nicht schlecht aber ganz ehrlich warum soll ich denn hier meine Zeit damit verschwenden hier erstmal Sachen zu kaufen wenn ich schon gleich bei Farb Island das beste eigentlich im Spiel kaufen kann die beste Ausrüstung tatsächlich vor allem weil das alles sehr teuer ist aber das gibt mir einen guten Vorteil jetzt muss nur eben ja das ist der einzige Nachteil ich muss im Casino gewinnen und das ist jetzt hier nördlich und hier sind gestapelte Blöcke formieren den Eingang okay so machen die das hier in Bonn da sind wir im Casino und hier kann man wirklich gute Sachen jetzt gewinnen mit unseren wieviel Münzen haben wir jetzt 70 Stück also da können wir jetzt lange für spielen mal sehen ob ich Glück habe und hier bekommt man nämlich eine Black Pearl Black Pearl ist ein Gegenstand der die Lebenspunkte voll wiederherstellt die Miracle Nut ist ein Gegenstand der die Magiepunkte vollständig wiederherstellt Kierkanso kennen wir schon das ist zum Deaktivieren von den Zauberern benutze ich nie wir können einen Gemstone gewinnen 750 Gold immerhin dann Water of Life kostet normalerweise wenn man es kauft 1000 Dukaten oder ja Gold und dann kriegen wir Canes Cane Chill Cane Lightning und Cane Destruction und Cane Destruction können wir für sehr viel Geld ich glaube über 10.000 oder sowas verkaufen und das brauchen wir auch das Geld wenn wir uns dann die beste Ausrüstung hier leisten wollen das heißt wieder mal ist die 8 hier gefragt und Miss ja ich möchte nochmal spielen und gleich zu schnell gedrückt ja jetzt beginnt das was ich nicht mag wo ist die 8 da ah ich will daneben wahrscheinlich zu schnell ja das kann so weit dauern Black Pearl nur bekommen mal wenigstens war es kein Miss mehr ach schon wieder Black Pearl wieder zu schnell gedrückt ich wollte dann es hat schon wieder seine Richtung geändert das ist wirklich schwer so ein Cane Destruction zu bekommen ah Cane Chill zumindest es gibt auch ein paar Tausender glaube ich zumindest nicht ganz schlecht ah daneben gedrückt nochmal ein Cane Chill ich habe zum Glück genug Münzen um hier ein paar mal zu spielen ah Miracle Nut okay die wollte ich sowieso kaufen dann spare ich mir das Geld Miracle Nuts sind die Gegenstände die ich gerne haben möchte für später damit wir da unseren Mana schnell auffüllen können ja schon wieder Miracle Nut ja das ist so der Moment wo ich die Tendenz habe hier den Safe State die Safe State Power zu benutzen weil ich bin einfach nicht gut genug das hat mich so verwundert als ich das erste Mal Casino gespielt habe in der Wüste wie viel Glück ich da auf einmal hatte hier halte ich das für wesentlich schwieriger ich habe irgendwie das ich habe da drauf gedrückt ich habe wirklich gedrückt ja das ist schon wieder zu schnell gedrückt und es ist nicht bei der 8 stehen geblieben das finde ich jetzt gemein ich habe wirklich in dem Moment gedrückt und es hat nicht reagiert Water of Life kann man auch noch nehmen ja Cane of Destruction so geht's gut das war gut ich will ein paar mehr davon haben Cane Chill wieder bringt auch ein bisschen was ich habe schon wieder gedrückt und er hat nicht reagiert ja Cane Destruction gut haben wir schon zwei Stück davon na es geht doch ganz gut ich gucke immer auf die 1 da und dann ja das war falsch irgendwie ist hier ein anderes Muster glaube ich Moment mal vielleicht kriege ich das ja raus so das erste Mal geht an ein nee geht doch nicht ich muss das abwarten ich habe das Gefühl das wechselt sich jeder Durchlauf wechselt sich ab mit einem anderen das wiederholt sich hier sozusagen nichts so das war das miracle nut passt auch nicht vielleicht sollte ich einfach nur auf die 1 achten und dann mit Glück entweder krieg ich es hin oder nicht aber das war wieder nichts zu schnell das Casino ist richtig gemein ja aber das ist halt typisch für so ein Casino weil es raubt einen selber aus so ja okay ich muss nur warten bis es einmal gekommen ist dass die 1 dann gleich auf die 8 springt und dann muss ich beim nächsten Durchlauf dann wird sich das wiederholen und dann muss ich auf die 1 achten okay so jetzt jetzt habe ich es so jetzt ist es einmal gewesen und das war zu schnell ich hätte die 1 vorbeiziehen lassen müssen so 1 oder was da ja jetzt habe ich es hui okay und mit der 1 meine ich die in der 2. Reihe natürlich die sich mit der 8 in einer Reihe befindet also in der 2. Reihe ist das ja so ne das war nicht 1.8 das ist 1.8 und ja so geht es und man darf nicht zu früh drücken aber das geht schon recht gut ich habe so langsam das Gefühl dafür äh auch nicht 1.8 ja das war wieder zu schnell das hat zu lange gedauert da wurde ich zu nervös so 1.8 und das war daneben okay das war vielleicht schon der zweite Durchlauf dann ja das ist schon merkwürdig so ich warte hier ab naja das war nämlich dann auch falsch so jetzt warte ich nochmal 1.8 ab da ja so geht es hui ja ich will nochmal spielen ich habe den Trick jetzt raus beim ersten Durchlauf das darf man nicht mitzählen weil das könnte sein dass es eigentlich schon der zweite Durchlauf ist nur das weiß man ja nicht wenn das quasi gerade startet so jetzt zum Beispiel ich weiß nicht ob das jetzt ja das war jetzt quasi von 0 aber das konnte ich nicht wissen deshalb warte ich das dann lieber ab so 1.8 äh was war das okay entweder vielleicht war ich wieder zu schnell auf jeden Fall war das jetzt gerade merkwürdig so 1.8 kein Chill nur bekommen ich war zu langsam dafür jetzt Mann ist das ein nerviges Spiel man kann so ungefähr ein System so 1 1.8 ach wieder zu schnell so 1.8 weiß ich nicht ob es das ja okay das war das 1.8 ich hab gedrückt hab wirklich gedrückt na komm 1.8 so so das war's jawohl he he hui das geht sogar ohne Safe Stating aber gut dass ich so viele Coins gesammelt habe und nicht alle verkauft habe und dadurch kriege ich wesentlich mehr Geld jetzt hier durch 1.8 ah ich hab gedrückt er hat es wieder nicht genommen was für ein mieses Casino hier so jetzt aber tsch ne der reagiert wirklich manchmal nicht ich weiß ich kenn mich ja aus mit dem Knöpfe drücken inzwischen aber aus jedem Grund hat er das dann nicht angenommen verrückt so äh äh zacht so und schon wieder ja ja ich spiel dich hier in Grund und Boden mein Freund Kane Destruction ist das Beste was es gibt zacht und schon wieder es geht man muss nur das Muster rauskriegen und äh ich meine ich könnte natürlich auch versuchen was anderes zu gewinnen aber wieso ich kriege so viel Geld von diesem Kane Destruction dass ich mir jeden anderen Kram dann kaufen kann den ich dann haben will und worum es mir wirklich geht kann ich hier sowieso nicht gewinnen und das sind nämlich Rüstung und Schwerter von Fab Island Fab Island und ja das will ich haben ganz oft und nein es war ich hab zu viele von den Black Pearls inzwischen und das auch wieder zu schnell ah ich hab gedrückt klar jetzt aber hui so wie bleib ich denn jetzt eigentlich davon schon ja du bist groß gewinnen ja ich hab schon groß geworden mein Junge so wie bleib ich davon jetzt inzwischen eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf naja komm zwölf können wir noch machen ja ich will ein Spiel spielen ok das war natürlich wieder falsch ist wahrscheinlich das letzte woran ich scheitern werde hier ok das war jetzt anders das war jetzt wirklich nur ein Durchlauf beim zweiten Mal ging's dann nicht mehr das ist merkwürdig das Casino folgt nicht immer ganz den Regeln hab ich das Gefühl so jetzt aber so da ist unsere zwölfte King of Destruction nein danke ich möchte nicht nochmal spielen ich werde das Casino jetzt verlassen und glaube ich nach Fab Island gehen mit dort die beste Ausrüstung besorgung die ich so kriegen kann habe ich nicht vorher hier im Kampf von oh drei Dark Knights das ist mies das verlangt auf jeden Fall nach hier Fortify für Theo aber auf jeden Fall außerdem Anti-Magic für alle Magic can't be used Boogie ist kein Zauberer vielleicht kann er den Dark Mage platt machen der hat zumindest keine Magie mehr der Rave auch nicht der Dark Knight auch nicht alle können nicht mehr zaubern sehr gut und hier der Dark Knight hatte Tempest eingesetzt Tempest ist glaube ich der beste Blitzspruch also die Dark Knights beherrschen den schon Mute noch nicht der beherrscht nur den ersten aber die beherrschen schon Tempest und Tempest ist ein ziemlich heftiger Spruch den ich jetzt eigentlich ungern hier konfrontieren möchte und hier Bolt können sie auch zaubern also Blitzzauber beherrschen sie alles gut wenn sie nicht zaubern können dann ist es recht einfach glaube ich die zu besiegen hoffe ich gut der Dark Brave ist auch tot und Theo macht einen super Schlag einen kritischen Treffer 154 Schaden sehr schön und ohne Magie sind die Dark Knights auch nicht mehr so ganz hart das ist mit unserer eigentlich schlechteren Ausrüstung die wir noch haben so jetzt nach rechts und wir sind am Hafen und ich will nach Farb Island dann fahren wir mit dem kleinen Boot wusch nach Farb Island da landen wir dann haben wir auch den Teleporter jetzt dahin wir haben einen Teleporter nach Bonn Harbour und nach Farb Island sehr gut da können wir uns direkt dahin teleportieren wenn wir sterben sollten jetzt ja ich muss auf jeden Fall jetzt hier ein Feld nach Norden können uns umsehen ah was so ein wunderschönes grünes Eiland dies ist die Straße ja zeigt uns dass hier grünes Gras wächst so Büschel so der Waffenladen ist wenn ich das richtig im Kopf habe auf jeden Fall einen nach rechts äh ja mehr nach rechts gibt es sonst noch was oh hier finden wir einen Harrop bisschen was für Mana Restauration aber eigentlich brauche ich die fast gar nicht mehr weil da wir jetzt ja hier Miracle Nuts haben die füllen ja Magie voll auf und nicht nur 30 Punkte so noch einen nach rechts und hier ist ein Kampf das ist schlecht und der ist auch übel denn es gibt hier Tornemakes Tornemakes sehen genauso aus wie Dark Mages sind allerdings stärker noch als die was natürlich sehr ungünstig ist Dark Knights ist hier dabei und ein Behemoth das ist so eine Kreatur die ein bisschen klobig aussieht und die anscheinend zwei Köpfe hat so wie ich das sehe also irgendwie scheint es mir als wenn das Maul hier hier nochmal wäre aber es ist kein ganzer Kopf glaube ich das sieht aus als wenn das so ein aufgeplatztes Knie wäre und wir stacheln auf dem Rücken ansonsten sieht das ja wir halten Behemoth aus wie so ein großes Landmonster aus der Mythologie wir können natürlich versuchen zu flüchten aber irgendwie befürchte ich dass das nicht so helfen wird deshalb Fortify für Theo damit wenigstens er überlebt Anti-Magic auf alle und Kampf einfach Dark Knight ist schon mal erledigt aber zwei Tornemakes können Destroy sprechen das dürfte uns jetzt es hat Bogie Bogie ist der einzige der überlebt hat und ich kann versuchen zu flüchten aber nein er ist auch erledigt worden tja das ist das Problem wenn man versucht hier weil diese Gegner sind eigentlich weit über unserem Level wenn man jetzt versucht wir können uns diesmal zumindest hier direkt aus dem Thronsaal teleportieren wenn man versucht die jetzt schon zu bekämpfen dazu sind wir eigentlich noch nicht hier vom Level her nicht und auch sonst nicht ausgestattet selbst dieser Kampf ist schon übel aber ich werde es trotzdem versuchen mit Bolt wozu haben wir denn unseren neuen Einzelbekämpfungsspruch wenn wir ihn nicht gegen einen einsetzen können 36 Schaden und Theo wird oh 72 Lebenspunkte hat er jetzt verloren gerade so überlebt gerade so Fortify gemacht das heißt Mute wird auf jeden Fall jetzt hier eingreifen müssen um ihn zu heilen mit Heal Boogie macht nur zwei Schaden das ist klar Theo 72 zurück aber da sieht man was BM auf kann der kann einen nämlich hier so auf den Boden werfen und dann einfach auf einem rumtrampeln sozusagen und selbst Theo mit Upgrade macht nur 27 Schaden das ist sehr übel aber das hat jetzt gereicht okay 39 Gold und 68 Erfahrungspunkte eine Coin gehen wir nach äh Osten ich überlege ob ich gerade Cane of Destruction da ich ja ein paar davon gesammelt habe jetzt einsetzen könnte das wäre vielleicht gar nicht mal so dumm ich setze mal einen davon ein in der Hoffnung dass es hilft gegen Behemoths okay das ist ein Gruppenspruch und ansonsten Bolt gegen hier Tornemenge ich hoffe das hilft und Boogie kann auch drauf schlagen und tatsächlich der Zauberer ist erledigt und jetzt kommen oh jetzt kommen äh äh Boogie hat das Bewusstsein verloren und Theo setzt jetzt hier den Cane of Destruction ein Energie crackles from the Cane of Destruction macht nur 29 Schaden gegen einen einzigen Gegner oh mein Gott das lohnt sich überhaupt nicht ja und was wir jetzt haben ist die klassische Situation wir sind zu schwach Mute du wirst jetzt hier Theo maximal heilen müssen in der Hoffnung dass er überlebt aber nein er überlebt nicht New Mute ist noch da und der wird es auch nicht schaffen also werden wir wieder zurück zu König Hennessy geteleportiert ja das ganze ist ein Wettspiel hier im Grunde genau mein Wettlauf mit der mit den Kreaturen auf Farbe Island leider habe ich nichts was mich irgendwie sonst schützen könnte vor denen ich brauche nur einfach Glück ich brauche viel Glück Anti-Magic oh Mute ist schon weg okay der BMO muss weg so können wir den bitte töten danke so was ich jetzt noch machen kann ich kann natürlich jetzt hier da ich ein paar Wasser des Lebens übrig habe könnte ich jetzt natürlich hier oh ich habe nur zwei Stück oh ich habe gar nicht so viele könnte ich jetzt eigentlich hier den Mute zurückbringen aber ich versuche trotzdem einfach durchzurennen aber es sind schon wieder welche ich versuche zu flüchten aber jeder kann auch mal draufschlagen und ja schon wieder sind wir bei König Hennessy wir kommen da nicht durch ich werde jetzt mal versuchen ob ich einfach so flüchten kann mich einfach durchflüchten kann so noch einen Schritt weiter jetzt ist ein Kampf gegen so viele Dark Knights ich werde flüchten flee okay ah sieht wieder nicht gut aus oh wir konnten flüchten oh wir sind im Waffenladen ja endlich rein da hui willkommen ja willkommen wie kann ich dir helfen indem du uns hier die besten Waffen im Spiel verkaufst aber erstmal müssen wir sowieso was bei dir verkaufen und ich hoffe das können wir auch noch bei dir verkaufen nicht dass wir woanders nochmal zurücklaufen müssen jetzt wo wir es gerade geschafft haben huiuiui äh ja Bali können wir verkaufen das nehmen wir bloß ein bisschen Inventar weg und man findet Bali seltener als Weed Weed ist quasi überall ähm Coins haben wir noch 30 hab 40 Stück verballert Black Pearls hab ich noch genug die können mich allerdings nicht wiederbeleben das kann nur Wasser des Lebens ja dann verkaufen wir den Spear of Comfort den wir immer noch bei uns tragen seit Castle Winter für 825 vollkommen nutzlos aber aus irgendeinem Grund wollen die Leute sowas gerne haben der Kristallschild für 1125 dann noch die Rüstung des Comfort 2400 kriegt man dafür für eine vollkommen nutzlose Rüstung tja keine Ahnung was mit den Leuten los ist in dieser Welt so Shard of Wind wollen wir natürlich behalten können wir auch gar nicht verkaufen weil das Questgegenstand ist Cane of Chill kriegen wir ah gut 1500 ist immerhin mehr als 150 was wir für das Verkaufen eines einfachen Coins bekommen würden also von daher ist das schon in Ordnung aber das ist nicht wo das große Geld liegt das große Geld liegt in den Cane of Destruction wobei die überhaupt nicht stark sind ich hab das gerade gegen den Behemoth ja einmal eingesetzt trifft nur einen Gegner selbst in der Gruppe und macht dann so 30 Schaden gegen so ein Vieh aber wir kriegen dafür 11.250 Gold das ist der das ist das Besondere daran darum wollte ich Cane of Destruction haben da kriegen wir ordentlich Kohle für da können wir uns die beste Ausrüstung jetzt im Spiel besorgen tatsächlich eigentlich kann man noch eine etwas bessere Ausrüstung dann machen aus Tritanium oder wie es heißt und Drachenschopen aber die ist tatsächlich nicht so gut meines Erachtens weil sie keinen Bonus auf Geschwindigkeit gibt hier in diesem Laden auf Farb Island kann man die Speed Ausrüstung kaufen die nur ein bisschen weniger also nur ein bisschen schlechter ist in der Verteidigung aber einen großen Bonus dafür gibt auf die Geschwindigkeit und das ist auch sehr wichtig also ich glaube auf die so 20 Punkte und das ist ein sehr wichtiger Bonus dann meines Erachtens damit wir ein bisschen schneller sind und die Gegner nicht schneller sind als wir so verkaufen wir noch mehr Cain of Destruction jawohl und den letzten auch nochmal mal sehen wie viel wir dann insgesamt haben haben wir sonst noch etwas zu verkaufen nö ich glaube den Rest behalten wir wir haben 152.956 Gold aber wenn das nicht reicht so was kaufen wir uns also es gibt hier verschiedene Waffen und ich weiß nicht genau was alles ist Wizzle Slish also Wizzle Slash ich habe keine Ahnung was das für eine Waffe ist vielleicht so eine Art von Whiplash also Peitsche vielleicht kann ich mir höchstens vorstellen aber die kostet 3800 und was will ich mit einer Ollen Peitsche dann gibt es Sword VCM VCM bedeutet glaube ich dass es mehrere Gegner auf einmal trifft also man kann damit eine ganze Gruppe angreifen das ist das einzige Schwert das ich kenne oder die einzige Waffe die wirklich mehrere Gegner treffen kann aber ich glaube auch nur in der Gruppe ich habe das einmal getestet ist gar nicht so schlecht aber es macht nicht genug Schaden für die späteren Gegner und dann ist es zu schwach und deshalb werde ich das auch nicht nehmen dann gibt es noch ja Sword Mose wofür auch immer Mose steht ist aber auf jeden Fall auch nicht das teuerste was man hier kaufen kann dann gibt es Sword Spirit ist auch nicht schlecht hat auch eine Spezialfähigkeit aber ist auch nicht das teuerste hier dann gibt es Sword Good Luck oder Good Luck kann ich mir nur vorstellen erhöht vielleicht den Glückswert oder sowas wobei das einzige wo Glück tatsächlich eine Rolle spielt meines Erachtens ist nämlich bei kritischen Treffern und da ist das hier die beste Waffe meines Erachtens auch im ganzen Spiel das Miracle Sword kostet 9800 Goldstücke und erhöht auf jeden Fall die Trefferwahrscheinlichkeit oder die Wahrscheinlichkeit dass man einen kritischen Treffer macht massiv ich habe auch irgendwo gelesen dass es bedeutet dass man selber von kritischen Treffern häufiger getroffen wird aber ich persönlich kann das überhaupt nicht bestätigen ich habe sogar eher den Eindruck dass ich dann weniger getroffen werde von kritischen Treffern also in jedem Fall scheint mir das die beste Waffe im Spiel zu sein und damit habe ich das auch durchgespielt damals das ist eine Waffe die man hier so direkt dann kaufen kann und davon werde ich auf jeden Fall dann hier drei Stück mir jetzt kaufen ich habe das Geld und es sei denn es gibt noch bessere Waffen nein danach kommen gleich die Rüstungen ja aber erstmal kaufen wir drei Miracle Swords und jetzt kommen wir zu den Rüstungen und Schilden so es gibt einmal die Illusion Armor also die Rüstung der Illusion die vielleicht das weiß ich nicht Schläge genauso ablenken kann wie unsere wie unser Hüsmschild was wir in Windows Castle gefunden haben das ja auch manchmal Angriffe ablenkt so kann ich mir das noch vorstellen dass die Rüstung der Illusion dafür da ist aber auch da steckt das bei mir hinten an neben der besten Rüstung und dem besten Schild Amors Speed und Schild Speed von denen wir uns auch drei Stück besorgen werden denn haben einen guten Rüstungswert einen super Rüstungswert ist nur knapp unter dem der eigentlich besten Rüstung und gibt einen Bonus halt auf die Geschwindigkeit und den gibt die beste Rüstung nämlich gar nicht und das ist dann der Nachteil davon deshalb würde ich sogar sagen dass das hier die beste Kombination ist mit der man das ganze Spiel eigentlich bestreiten kann so und wir werden das jetzt hier mal schön betrachten wie es aussieht bei Theo der wird jetzt vom Crystal Spear zum Miracle Sword aufsteigen 116 172 das ist ein riesen Unterschied das ist quasi so als hätte er jetzt permanent Fortify aktiviert da sind ja an die 60 Punkte die da mehr drin sind und auch rüstungstechnisch von Armour Breath auf Armour Speed von 124 auf 148 okay erscheint nicht so viel aber wir kriegen noch den Schild dazu und die Agilität von 42 auf 62 plus 20 Agilität das kriegt er auch sonst nur durch Fortify und den Schild der Geschwindigkeit erhöht uns noch mal auf die Fans 164 gibt auch noch mal einen netten Bonus von ja ich glaube 16 Punkten insgesamt und Speed wird auch noch mal erhöht um was ist das hier ich glaube 8, 8, 16 auch um 16 Punkte nicht so viel wie bei der Rüstung aber auch ja nur 4 Punkte weniger bei der Agilität aber damit ist Theo wesentlich schneller jetzt als je zuvor nahezu doppelt so schnell und das Ganze natürlich auch für Mute der auch ein Miracle Sword kriegt auch eine Speed Rüstung und ein Speed Schild und Bogey natürlich auch wenn er nicht ewig bei uns ist aber das gebe ich ihm für den Zeitraum den er bei uns ist weil seine Agilität steigt so und den Rest können wir natürlich verhökern hier so überflüssiges Waffenarsenal Crystal Spear ist sehr überholt jetzt schon wir können sogar das Sword of Wind verkaufen das ist schon gar nicht mehr so gut wir haben das zwar von King Winder bekommen aber wir brauchen uns jetzt auch nicht mehr also du kannst weg wir können es jetzt auch nicht wiederkriegen das ist quasi jetzt weg aber das ist auch nicht nötig wir haben bessere Waffen und das müllt mir sonst nur mein Eventar voll brauche ich nicht mehr Schwert des Windes ist kein Quest Gegenstand mehr und hier ist das Shield Herz immer für 2400 kann man es verkaufen und konnte eben Angriffe ablenken wenn man Glück hat aber darauf will ich mich nicht so verlassen also das Miracle Sword ist viel besser wenn es darum geht hier zufällig seinen Sonderschaden zu machen ich glaube das hat so eine 50-50 Chance dass es kritischen Schaden macht und das ist ganz besonders gut also Miracle Sword ist für mich die beste Waffe im Spiel und ja jetzt schauen wir mal wie wir hier rauskommen ich würde sagen wir lassen uns wieder platt machen damit wir hier komplett regeneriert sind dann teleportieren wir uns von mir aus nach Farbe Island und okay wir haben noch nicht die starken Zaubersprüche das stimmt aber können wir trotzdem mal einen Versuch wagen jetzt mit unserer neuen Ausrüstung so drei Torn Menges ein Behemoth und ein Dark Knight gerade eben noch eine Horrorvorstellung aber jetzt kämpfen wir ohne Fortify gegen einen Behemoth Nude wird Anti-Magic sprechen und Bogie wird auch einfach mal auf einen Dark Knight eindreschen okay die Torn Menges haben keine Magie mehr und jetzt kommt tatsächlich ein Vicious Slash von Bogie ein kritischer Treffer 129 Schaden und der ist weg die können nicht mehr zaubern und Theo hat jetzt auch einen kritischen Treffer gelandet beim Behemoth und macht 131 Schaden und dann ist der Behemoth tot ja und diese sind jetzt kein Problem mehr dass sie im Grunde nicht mehr zaubern können aber seht ihr schon wieder ein kritischer Treffer und auch Mute hat jetzt einen kritischen Treffer seht ihr wie schnell das geht jetzt kommen die ganzen kritischen Treffer rein und das ist doch sehr entscheidend 249 Erfahrungspunkte Coin bekommen und wir können uns hier quasi behaupten jetzt hier in diesen Kämpfen ähm ja ja dann können wir uns hier noch ein bisschen weiter umgucken mehr Kämpfe Behemoths Anti-Magic gegen Tom Mangle und äh Ja seht ihr man macht nicht immer so einen kritischen Treffer aber doch häufig genug dass es sich lohnt ja seht ihr beide Bogie und Theo haben jetzt gerade wieder einen kritischen Treffer gemacht gehen wir mal nach Norden und hier ist tatsächlich ein Inn und auf Farbeisland gibt es ein Zeichen oder ja was zum Gasthof führt und das ist wieder eine junge Dame Au wartet bitte schlag nicht mein wunderschönes Gesicht wenn ihr mir vergeben werdet werde ich euch nützliche Informationen geben was sagt ihr äh wir geben keine Antwort wir sind hart da passiert nichts okay dann machen wir es nochmal ähm okay wir vergeben ihr nicht was wenn ihr es so wollt dann ist es mir auch egal oh sie schlägt zurück und jeder verliert fünf Lebenspunkte okay quid pro quo sage ich da nur und ähm ich weiß gar nicht warum sie so so reagiert also vergeben wir sie hat aber nichts Schlimmes gemacht meines Erachtens aber aus ihrem Grund denkt sie das ich bin so glücklich dass sie mir vergebt für was eine lange Zeit äh vor einer langen Zeit hörte ich von einem Abenteurer namens Bellner welcher das mysteriöse Metall äh Metall namens Tritium gefunden hat auf Nikoyara Island unter dem Vulkan Kaya das ist der Schmied der auf dieser Insel wohnt könnte sicher ein wunderbares Schwert aus diesem scheinenden Metall machen 32 Gold die Nacht wollen wir übernachten oder können wir machen danke kommt wieder ja können wir machen der Übersetzungsfehler ist in jedem In wahrscheinlich drin oder der komische Kommentar des Übersetzers ähm joa aber nett dass sie uns hier einfach wieder schlafen lässt nachdem wir ein paar Mal ins Gesicht geschlagen haben ich finde das sehr beeindruckend dann doch noch mehr Behemoths okay aber kritische Treffer sind die Lösung für viele unserer Probleme wenn sie denn mal funktionieren und Schaden nehmen wir auch nicht mehr so viel Boogie kümmert sich um den dunklen Ritter und dann ist auch weg und irgendwer ich glaube der BMOV hat sich gerade hier wieder auf einen Charakter gestürzt aber das hat ihn nicht an den Rand des Todes gebracht wir haben immer noch über 50 Lebenspunkte für alle Charaktere und daran sieht man wie gut die Rüstungen auch sind ja ihr macht Tormenge bitte fertig oh oh und das war ein Mortal Blow an Theo okay der ist jetzt ausgenockt nicht so gut ähm oh Mist und nur Theo kann teleportieren das heißt wir müssen eigentlich zum Schamanen zurück und jetzt kommen natürlich die ganzen Typen hier angekrochen okay wisst ihr was Wasser des Lebens auf Theo haut den da beiseite Theo ist wieder zurück aber das ist dann Pech dass man dass man dann von diesen BMOVs dann so angegangen wird das kann man auch nicht anders betiteln schon wieder ein harter Treffer hier aber wir können auch hart zuschlagen so jetzt aber mal hier Heilung Mute kann auch mal wieder hier Heilung zaubern so alle sind geheilt so dann gehen wir jetzt mal zum Schmied wenn man uns lässt da ist er der weltbeste Schmied lebt hier und da ist er ein bärtiger Mann mit großen Ohren und Schweiß tropft ihm vom Körper und er dreht sich zu uns rum äh was wollt ihr äh guten Tag sagen aber wir schauen uns erstmal um das Feuer des Schmiedeofens brennt heiß und hoch ich wünsche die das beste Schwert und die beste Rüstung jemals die es jemals gab herzustellen aber ich kann nicht die richtigen Metalle finden was ich brauche ist Tritium und die Schuppen eines Drachen aber es ist nicht sehr wahrscheinlich dass ich die hier irgendwo rumliegen finde oder nein die müssen wir dann für ihn finden natürlich dann im Vulkan die Drachen schuppen kriegen wir vom Drachen selbst und das Tritium muss da auch noch irgendwo rumliegen wir können ihn ja mal hauen was er fordert er fordert mich ja tun wir aber gut er sagt immer nur dasselbe er greift uns nicht tatsächlich an aber das ist der einzige der wirklich sagt was er fordert mich heraus und das ist ein Zeichen für den Waffenshop aber da waren wir schon Farbeiland ist gar nicht so groß Bogi hat das Biest den BMOV gleich erlegt wenn wir hier jetzt ähm Norden gehen also direkt vom Strand einfach nur nach Norden gehen finden wir hier in einem großen Feld etwas liegen ein großes silbernes äh Ballonmonster liegt in dem Feld schlafend aber ich sehe da auch schon eine ja einen Werkzeugkasten oder sowas und das ganze sieht nach einem Luftschiff aus können wir mal wetten wie wahrscheinlich es ist dass das Ding nochmal relevant wird um zu zackt aus Burg zu kommen zu dem man nur fliegend kommen kann aber es scheint nicht fertig zu sein das heißt wir müssen erstmal den entsprechenden Meister finden der das ganze hier äh baut und ihn fragen warum das Ding nicht fertig wird wir haben ein neues Level bekommen wir lernen Blackout Blackout ist wie ich glaube blind blind machen oder sowas aber dann für alle Monster überhaupt funktioniert nur selten und dafür lohnt sich das meines Erachtens nicht also ich setze das selten ein aber gut Bogie hat jetzt auch mehr Lebenspunkte genauso wie Theo schauen wir uns um auf der Straße grünes Gras wächst hier und jetzt wieder ein Kampf gegen einen Tormegel und einen Dark Knight aber die sind keine Gefahr mehr und Mute bekommt das Level und lernt auch Blackout sind nicht gerade die besten Sprüche hier wächst grünes Gras und dann sind wir beim Haus von Dr. Nümmel Dr. Nümmel ist Dr. Normal dies ist das Haus dieses Haus gehört zu Dr. Normal einem berühmten Erfinder ja ein berühmter Erfinder versuchen wir doch mal den berühmten Erfinder und da ist er und er sieht auch wirklich aus wie ein Erfinder auch wieder mit einem typischen Albert Einstein Schnurrbart und abstehenden Haaren was wollt ihr schrie der alte Mann wir können ihn hauen dass er so rumbrüllt aua au er hat mir eine große neue Idee in meinen Kopf geschlagen ich bin so schlau dass es weh tut okay erscheinend ist er das aber schauen wir uns mal um seltsame Erfindungen liegen überall im Haus herum verteilt das ist quasi der Dr. Wiley oder Dr. Light von der Welt von Ricker weil hier findet er Mega Man oder Dark Knight Man auf jeden Fall können wir mit ihm reden mit Dr. Normal was aber das bedeutet was wollt ihr ich bin sehr beschäftigt ihr gebt nicht auf oder seid ihr Freunde seid ihr Fans von Dr. Normal Fans von wem das hatte ich mir gedacht nun raus mit euch ja und er scheucht uns heraus aus seinem Haus ja er will anscheinend dass wir Fans von ihm sind ja natürlich sind wir Fans wirklich wollt ihr wissen woran ich gerade baue ich baue gerade ein fliegendes Schiff um zu der fliegenden äh zu der sich bewegenden Insel zu kommen das Problem ist ich brauche einen mysteriösen Stein namens Hisho Seiki ja auch nicht ganz aus dem japanischen glaube ich übersetzt nur phonetisch Hisho Seiki wir brauchen Hisho Seiki das ist wahrscheinlich irgendwie so eine Schraube oder sowas um das Schiff zu vervollständigen tja das ist auch etwas was wir machen müssen wir müssen einen Hisho Seiki finden die Gerüchte sagen dass das Hisho Seiki nur an Nuku Island nur auf Nuku Island gefunden werden kann aber ich weiß nicht wo dort und so lange bleibt das Luftschiff auf dem Boden tja tja das ist aber noch nicht das Erste was wir machen werden wir wir können zwar schon zu Nuku Island gehen aber das ist etwas was ich nach dem Vulkan nach Nuku Yara Island machen möchte ich weiß gar nicht ob das überhaupt geht es müsste eigentlich gehen aber es ist tatsächlich sinnvoller vom Spielverlauf dass man erst nach Nuku Yara Island geht und sich dann nach Nuku Island aufmacht ja und das hier ist ja Farb Island farbig ist das Ganze ein bisschen wie so ups wir haben keinen kritischen Treffer gelandet aber jetzt zwei Stück die Darknights können uns dank unserer neuen Rüstungsupgrades nur noch wenig tun vor den B-Mobs habe ich ein bisschen mehr Angst gehen wir zurück zum Hafen und werden das Schiff entweder zurück nach Port Town bringen da wo wir noch gar nicht lange alles erkundet haben oder Nuku Yara Island ich werde erst mal nach Port Town gehen da sind wir jetzt wieder mit Jotas Haus Boot Haus Boot wir sind wieder in Bonn so große Wellen peitschen gegen die Küste ja da ist unser Boot so wir sind wieder auf der Straße und eine Ebene über uns befinden sich die ganzen Geschäfte das Casino ist verbunden mit dem Kaffee und einem Haufen von Kämpfen anscheinend aber die sollten eigentlich kein Problem mehr sein es sind außerdem nur Dark Mages die kriegen wir so fertig wir verlieren auch nur 3 2 Lebenspunkte oder sowas das ist nicht viel jetzt sind wir ziemlich stark und ein Berserker den sogar Mute unser Magier einfach so mit einem Schlag des Miracle Swords noch nicht mal ein kritischer Treffer platt machen kann inzwischen ja und hier sind auch wieder Blöcke vor dem Eingang vom Kaffee und hier ist eine nette junge geschminkte Dame die sagt willkommen ja hauen wir doch mal drauf keine gute Idee ja hier steht dann einfach man kann es noch nicht mal machen es heißt einfach nur keine gute Idee ja dieses Etablissement ist ein bisschen ja man sollte aufpassen was man hier macht anscheinend also schauen wir uns mal etwas um im Laden Gäste stehen am Tresen da reden wir doch mal mit ihr hey ihr gut aussehenden kann ich euch einen Ginger Ale einschenken fünf Gold für ein Glas ja okay hau weg ihr seid nicht von hier oder die Hishojin haben einen großen Turm auf Nuku Island gebaut aber es ist ein Dämonen verseucht es ist eine Dämonen verseuchte Ruine jetzt scheint mir dass die bösen Eroberer niemals die Steine von Macht gefunden haben nach denen sie gesucht haben okay Steine der Macht oder Splitter der Macht vielleicht die Steine müssen also immer noch irgendwo in den Ruinen zu finden sein sonst noch was ja wir nehmen noch einen Jinjael ein Seedämon wohnt in Skuna Tower seine starken Tentakeln reißen ganze Schiffe kaputt könnte so ein Kraken sein es wäre das Beste für euch und euer kleines Boot dem fern zu bleiben ja tatsächlich können wir diese Insel auch gar nicht mit dem kleinen Boot erreichen wahrscheinlich weil der Kraken im Weg ist ich sag mal so die Option zu Skuna Island zu fahren kriegen wir auch erst dann wenn wir schon ein besseres Schiff haben also ja ergibt sich das von selbst dass wir da nicht hinfahren werden aber was hat sich sonst noch zu sagen die Hijojin haben einen großen Turm auf Nuku Island gebaut aber ja gut das hatten wir auch schon mal okay sie hat zwei Hinweise anscheinend für uns genauso wie der Fischermann jetzt drei hatte ja aber das sind alles so Hinweise was einem da eventuell erwarten könnte auf den anderen Inseln auf Skuna Island ein Oktopus und oder Kraken und auf Nuku Island halt irgendwelche Steine die man sammeln muss Steine der Macht ja und das ist das Café so die das Café ist mit die Casino verbunden das ist quasi die verruchte Ecke von Bonn jetzt aus Süden gehen uns umschauen haben wir wieder die kühle Brise haben wir noch irgendwelche Gegenstände jenseits der Straße sind viele Shops gehen wir jetzt wieder wir sind uns jetzt wir sind jetzt in der Mitte der ganzen Ortschaft wenn wir jetzt nach Norden gehen ist hier nur ein Geschäft wo man das nicht mit jemand anderem verbunden ist ist einfach nur das Gasthaus und wird sie uns auch wieder was sagen aber jetzt auch keine gute Idee anscheinend ist in Bonn keine gute Idee die Damen zu schlagen auf Farbeiland kann man das wohl bekommt dann sogar Hinweise dafür 34 Gold für eine Nacht nö ich bleib hier nicht ähm this line should read night's rest tja der Übersetzungsfehler ist überall drin ok also ein ganz normales Gasthaus und ein weiterer Kampf gegen Gegner gegen die wir jetzt gut gerüstet sind so südlich geht's dann wieder zum Eingang der Stadt und hier sind wir dann hier in einem anderen Bereich wo wir wenn wir hier zu den Läden gehen dann haben wir hier einmal den Toolshop wieder mit unserem komisch aussehenden Gesellen hallo wie kann ich helfen tja und er verkauft uns dann im Grunde genau die besten ja Sondergegenstände die man kaufen kann das eine sind Black Pearls so für maximale Lebensenergie Miracle Nuts für maximale Mana Energie da werde ich mich jetzt vollkommen mit eindecken kosten ja nur 80 Gold das ist ja wirklich nicht die Welt und ich kann gar nicht mehr davon mit mir schleppen das heißt ich bin voll ausgestattet Kikansoas baue ich nicht dann gibt es hier tatsächlich Iron Boomerangs die man hier kaufen kann um eine Gruppe mit Schaden zu verseuchen gegnerische Gruppe mit Schaden zu verseuchen Gemstones kann man hier kaufen warum man auch immer das machen sollte denn der einzige Nutzen ist dass man sie verkauft und dann nur für 750 das heißt man wird sowieso einen Verlust machen von 750 seit man wirft sie weg dann macht man einen Verlust von 1000 sonst ist ein Verlust von 250 nicht 750 was habe ich gesagt ok Wasser des Lebens das kann ich auf jeden Fall noch ein paar mal kaufen auch 9 Stück kann ich maximal mitnehmen aber das ist könnte in gewissen Momenten sehr nützlich sein aber ich glaube ich nehme vielleicht nur 8 mit oder so weil ja 8 und dann kann ich nochmal 1 finden wenn ich da irgendwas finde dann spare ich mir die 1000 dann und mit 8 bin ich auch gut bedient aber nicht dass es einfach so verloren geht weil ich sowieso genug dabei habe außerdem kann man hier dann hier was man im Casino gewinnen kann Cane Chill Cane Lightning und Cane Destruction kaufen und Cane Destruction kann man kaufen für 15.000 da sieht man schon den Preis und für 3 Viertel kann man es verkaufen genauso wie Chain Chill für 3 Viertel das wäre dann 1.500 und Chain Lightning ja für 3 Viertel das wäre dann ja 4.000 verkaufen wir es für 4.000 oder warte mal stimmt das überhaupt kann man das überhaupt so auflösen kann man sicher ach das ist wie sowas mit 4.000 und noch was glaube ich äh ja da verlässt mich meine Mathematik mal gerade und ein Silver Bomerang für 3.000 sehr teuer aber ist glaube ich auch mit der beste Bomerang besser als ein Iron Bomerang auf jeden Fall und der macht dann auch halt Gruppenschaden ähm ich meine wir können den ja mal kaufen um einfach zu sehen wie sich das Ding jetzt mal schlägt ich habe keine großen Erwartungen daran und daneben ist gleich der Waffenladen und äh ja das ist auch ein guter Waffenladen eigentlich aber ist halt nur der zweitbeste wie man an den Preisen schon sieht hier kriegt man das Sword Twist den Spear Twist der natürlich besser ist als das Sword Twist das Whip Slash ist wieder hier das VCM Sword kann man hier auch kaufen schon dann das Hütz die Hütz Armor und die Hütze Armor sind sich auch nicht schlecht Armor Spirit also die Rüstung der Geister oder des Spirits und dann nochmal Hütze Schild und Spirit Schild und Illusions Schild weil wir die Illusions Rüstung nur auf Farbeisland kaufen können aber das ist alles nicht so gut wie das was wir anhaben die Speed Rüstung und Speed Schild und eben das Miracle Sword also von daher brauchen wir hier nichts kaufen wir können nössens was verkaufen nö aber das muss auch nicht also haben wir diesen Shop im Grunde genommen umgangen und sparen dadurch ein bisschen Geld man kann noch ein bisschen weiter nach links gehen also in den Westen und hier wenn man hier nach Norden geht ist hier Schamanen ja das dritte Mal dass wir ihn treffen falls man sich wiederbeleben will wenn einer umgekippt ist oder wenn irgendeiner versteinert ist aber das Problem haben wir derzeit ja zum Glück nicht what a terrible thing to do so also damit hätten wir dann auch hier diesen Ort durch so ich werde jetzt hier den Bumerang einsetzen Silberbumerang gegen eine Gruppe Wraiths zum Beispiel ja so ihr könnt euch dann um die Zauberer und Berserker kümmern das ist eine gute Aufteilung der ist auf jeden Fall tot Bogi hat den auch platt gemacht und Theo wirft den silbernen Bumerang und hat einen kritischen Treffer gelandet tatsächlich gegen den Wraith und 177 Schaden gemacht das ist nicht schlecht aber es hat wirklich aber es hat nur einen einzigen getroffen ich dachte es trifft eine ganze Gruppe dass es so durch sie durchfliegen würde aber es trifft nur einen einzigen und kommt das Ding wenigstens zu mir zurück okay das kommt zurück aber es trifft nur einen einzigen es macht viel Schaden hat vielleicht auch eine hohe Wahrscheinlichkeit dass es kritischen Schaden macht so ähnlich wie das Miracle Sword nur in Bumerang Form aber da müsste es eigentlich Miracle Boomerang heißen aber vielleicht ist Silber Boomerang dasselbe aber auf jeden Fall ich weiß nicht irgendwie habe ich da finde ich das jetzt nicht so cool da kann ich auch gleich mit meinem Miracle Sword angreifen sind sowieso tot so jetzt sind wir da in der Mitte der Ortschaft dann mal Silber Boomerang einsetzen gegen die Wraves von mir aus und ach es ist auch wieder ein kritischer Treffer also irgendwie entweder habe ich sehr viel Glück oder das Ding ist wirklich so gut dass es immer einen kritischen Schaden macht und es ist auch viel Schaden also 185 ist glaube ich sogar noch mehr als er mit dem Schwert selber machen würde mit dem Miracle Sword also vielleicht werde ich ja nochmal ein Freund das Dumme ist nur dass man das jedes Mal aus dem Inventar auswählen muss das einzige Dumme und das geht halt schneller wenn ich einfach so durchschalte in der Regel und ja aber ja dann sind wir jetzt im Hafen und unsere erste Queste wird uns jetzt oder die nächste Queste wird uns dann nach Farb Island haben wir erkundet Nuku Island ist noch nicht relevant also Nekoyara Island ist das nächste Ziel mit Woosh geht es rüber und wir sind auf Nekoyara Island gelandet ja und was es da alles zu erkunden gibt das ist nämlich ein etwas längerer Dungeon das sehen wir dann beim nächsten Mal wenn es wieder heißt Let's Play Sword of Hope und wir sehen uns dann bis dann